Hallo, ich bin die Klara und ich spiele am 26. April, also in weniger als zwei Wochen, im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Es gibt nur limitierte Plätze und ich werde hauptsächlich Originallieder spielen, vielleicht ein Cover, aber die meisten Sachen, die ich spiele, sind ich, meine Gitarre und meine Gedanken und es wird sicher ein netter Abend voll mit interessanten Leuten. Um euch ein bisschen einen Geschmack zu geben, spiele ich euch ein paar Akkorde vor und um herauszufinden, welches Lied das ist, könnt ihr einfach vorbeikommen und euch das anhören.